Norddeutscher Rundfunk 2021 Hi. Hi. Hast du das Geld? Klar. Hast du die Ware? Ja, sicher. Okay, jetzt hast du die Ware, stimmt's? Klar, du hast ja auch das Geld. Wieso? Ich weiß nicht, ich hab's mir anders überlegt. Ich will doch lieber wieder die Ware. Was? Ja, naja, du kriegst natürlich das Geld wieder zurück. Ach so, okay. Okay, das war's. Du hast das Geld, ich hab die Ware, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Vielleicht hab ich auch die Ware und du das Geld. Nee, die Ware war im Umschlag, das Geld war im Koffer. Sicher? Nee. Wollen wir noch mal nachschauen? Geld, 100.000. Auch Geld? Auch 100.000. Stimmt irgendwas nicht, wir können doch unmöglich hier mitten auf dem Parkplatz 100.000 Euro gegen 100.000 Euro eintauschen. Dann hat ja keiner was davon. Doch, du bist im Vorteil. Na, der Koffer ist mehr wert als der Umschlag. Dann bist du im Vorteil, weil du hast den Koffer. Ach so, ja, stimmt. Na, das geht nicht. Hier. Gut, aber jetzt noch mal langsam. Ja. Also, ich hab jetzt deinen Umschlag und du hast meinen Koffer. Das war der Auftrag. Ja, und ich hab dein Geld und du hast mein Geld. Nur die Ware fehlt. Richtig. Ja, aber du wolltest deine Sachen ja eh verkaufen. Jetzt hast du eben schon dein Geld, brauchst du keinen Kunden mehr suchen, oder? Stimmt. Ist ja sehr praktisch. Vielen Dank. Mist. Das war mein Auto.